Hallo Leute, heute gehen wir zum Hallstättersee und schauen uns den Hallstättersee an. Wir sind gerade in Bad Gäusern und es ist wahnsinnig viel Schnee über Nacht gefallen. Wirklich wahnsinnig viel Schnee. Und kommt mit und schaut mit uns dieses schöne Winterparadies an. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So Leute, das ist der Hallstädter See hinter mir. Echt schönen Abendblick. Hier hinten haben wir geschlafen. Da ungefähr ist der Parkplatz, auf dem wir geschlafen haben. Und jetzt geht es einmal eine Runde herum. Ich weiß nicht, ob man es sieht, es ist ganz schön kalt. Und jetzt geht es einmal los. Und wir schauen mal, was euch jetzt so zeigen können. Untertitelung. BR 2018 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 Musik Musik Hallo Leute, wir sind jetzt hier am Hallstättersee. Es ist wirklich arschkalt, aber es ist wunderschön. Wirklich wunderschön. Was hast du dazu zu sagen? Da ich sowieso ein Herbst-Wintermensch bin und den Schnee liebe, naja, was soll ich sagen? Wuhu! Okay, wuhu! Wuhu! Wuhu!